Lieber DIN A4 Notizblock, die Sache mit dem Beliebtsein ist mir wahrscheinlich zu Kopf gestiegen. Heute Abend findet das Schulfest statt, aber ich werde nicht hingehen. Ich bin sicher, Tia und Courtney werden den Auftritt der Band gut hinkriegen. Ich hoffe nur, dass meine Freunde, oder sollte ich sagen, meine ehemaligen Freunde, mir irgendwie verzeihen können. Irgendwann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017